Oh mein, siehe jetzt, dringende Neuigkeiten bei Werder, Kontroverse, Ole Werner überrascht, die Fans waren verrückt nach dieser Nachricht, du wirst nicht glauben, aber bevor ich Ihnen diese Neuigkeiten erzähle, abonnieren Sie den Kanal, damit Sie die Entwicklung dieser Auswirkungen nicht verpassen, denn wir werden Ihnen alles darüber erzählen, was mich irritiert und ärgert. Borre zieht nun die Nationalmannschaft der schnelleren Eingewöhnung in Bremen vor, schreibt die Klublegende in einer Kolumne für die Bild-Zeitung. In dieser Situation wäre ein Verzicht zugunsten von Werder wünschenswert gewesen, tatsächlich wäre das aber wohl zu viel verlangt worden. Immerhin hat Borre mit Kolumbien nicht bloß Testspiele vor der Brust gehabt. Lasst diesem Video ein Like da, denn es ist sehr wichtig, damit ihr die neuesten Nachrichten von Werder, die wir hier posten, nicht verpasst. Vielen Dank. Auch weiterhin, grundsätzlich hält Burdenski den 27-Jährigen für eine durchaus gute Wahl, auch wenn er einen anderen Spielertypen als Phil Cook vertritt. Er lebt von Dribblings und seiner Schnelligkeit. Durch Borre wird sich das Werder-Spiel verändern, aber erfahrungsgemäß wird es nicht lange dauern, bis Ole Werner den Spielstil angepasst hat, so Burdenski. Sein Bremen-Debüt könnte der Neuzugang beim 1-FC Heidenheim feiern. Da das Spiel am Sonntag steigt, sollten auch die Reisestrapazen kein unüberwindbares Hindernis darstellen. Hallo Werder Bremen-Fans, hat Borre ihrer Meinung nach es verdient, gegen den FC Heidenheim in der Startelf zu stehen, oder nicht? Was ist deine Meinung? Schreiben Sie es in die Kommentare, denn es ist sehr wichtig für unser Werder. Bleiben Sie dran, ich informiere Sie jederzeit über die neuesten Nachrichten von Werder Bremen.